Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 26. Mai Da sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Apostelgeschichte 2, Vers 37 Unsere Gewissen sind gut gepolstert. Da nennt die Bibel uns Sünder. Aber unser gut gepolstertes Gewissen wird davon nicht getroffen. Nun wird die Bibel genauer und erklärt. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Aber unser gut gepolstertes Gewissen erklärt, das betrifft mich nicht. Es ist eine große Sache, wenn endlich unser Gewissen bewegt wird. Wie das zugeht, sehen wir an einigen Leuten in Jerusalem. Als der Herr Jesus gebunden vor dem Römer Pilatus stand, da schrien sie mit, kreuzige ihn. Denn wer kann sich schon einer solchen Massensuggestion entziehen? Das war Sünde. Als nun Jesus am Kreuz hing und die Ältesten des Volkes ihn beschimpften, da heißt es von vielen Leuten, das Volk stand und sah zu. Sie hielten sich jetzt heraus. Sie wurden neutral. Denn die ganze Sache begann, ihnen unangenehm zu werden. Als Jesus das Haupt neigte und verschied, da, so berichtet die Bibel, schlugen sie an ihre Brust und wandten sich wieder um. Was war das für eine seltsame Sache, dies an die Brust schlagen? Es war eine leise Zustimmung zu der Stimme des Gewissens. Du bist schuldig. Aber man ging schnell nach Hause, um zu vergessen. Doch nun kam der Pfingsttag. Gewaltig stellte Petrus dem Menschen das Kreuz Jesu vor die Augen. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Auf einmal sehen sie klar. Wir haben gesündigt. Das aber war die Stunde, wo sie Jesu Kreuz erkennen durften, als die Quelle der Vergebung Gottes. Herr, lass uns nicht stecken bleiben auf halbem Weg der Sündenerkenntnis. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. . Vielen Dank.